Hey, ich war jetzt die letzten Videos, die waren nicht gut. Deswegen werden die meisten von euch hier auch wahrscheinlich nicht zuschalten. Aber was ich euch sagen will, hört ihr, wie gut die Qualität ist? Das ist deswegen. Seht ihr? So sieht man es. Hier ist ein Mikro. Jetzt wird alles viel besser. Ich habe auch meinen Channel wirklich gut aufgepäppelt. Und meine Tante hat auch einen Channel Nina Herzog. Herzog mit C, nicht mit Z. Ich buchstabiere es euch. Nina Herzog abonniert und liked, wenn ihr wollt. Bei mir natürlich auch. Vielen Dank und nächstes Video erscheint bald.